1. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, natürlich. Es ist genau halb drei. Danke. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, natürlich. Es ist genau halb drei. Danke. 2. Tom, was gibt es heute im Fernsehen? Einen schönen Tierfilm. Und wann kommt der? Um viertel nach acht. 2. Tom, was gibt es heute im Fernsehen? Einen schönen Tierfilm. Und wann kommt der? Um viertel nach acht. 3. Tom, was gibt es heute im Fernsehen? Es ist 19.25 Uhr. Sie hören jetzt den Wetterbericht. Es ist 19.25 Uhr. Sie hören jetzt den Wetterbericht. 4. Entschuldigung, wissen Sie, wann die S-Bahn zum Bahnhof fährt? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die nächste S-Bahn fährt um 17.43 Uhr. Danke. Entschuldigung, wissen Sie, wann die S-Bahn zum Bahnhof fährt? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die nächste S-Bahn fährt um 17.43 Uhr. Danke. 5. Sag mal, Claudine, wann hast du deinen Termin beim Arzt? Heute, um 10 vor 10. Hoffentlich musst du nicht so lange warten. Sag mal, Claudine, wann hast du deinen Termin beim Arzt? Heute, um 10 vor 10. Hoffentlich musst du nicht so lange warten. 6. Liebe Kunden, unser Supermarkt schließt in 10 Minuten um 20 Uhr. Bitte gehen Sie jetzt langsam zur Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Liebe Kunden, unser Supermarkt schließt in 10 Minuten um 20 Uhr. Bitte gehen Sie jetzt langsam zur Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Vielen Dank für Ihren Einkauf.